Gehen Sie mit mir auf eine spirituelle Gruppenreise der etwas anderen Art. Begleiten Sie mich nach Hawaii, einem ganz besonderen Fleck auf dieser Erde, und erleben Sie die Leichtigkeit des Seins. Gemeinsam beobachten wir Buckelwale, schwimmen mit freien Delfinen, unternehmen Vulkan- und Urwaldwanderungen, besuchen heilige Kraftplätze und widmen uns der Meditation. Freuen Sie sich auf unvergessliche Erlebnisse und wunderschöne Eindrücke. Rufen Sie mich an!